Ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video von Gartenzeile. Heute soll es um eine typische Winterarbeit gehen, das Beschneiden der Obstbäume, genauer der Apfelbäume. Sie sind nicht nur in jedem Bauerngarten zu Hause, sondern auch heute wieder auf fast allen modernen Grundstücken heimisch. Grund genug, uns mit der richtigen Pflege des Gewächses zu beschäftigen. Du hast sicher schon gemerkt, dass selbst geerntete Äpfel ein besonderer Genuss sind. Doch damit nicht genug. Das hierzulande heimische Obst gilt als gesund und hat dabei wenig Energie. Denn ein reifer Apfel besteht zu etwa 85% aus Wasser. So hat er auf 100 Gramm nur magere 50-60 Kalorien, dafür aber rund 12 Milligramm Vitamin C, sowie viele weitere nützliche Inhaltsstoffe. Das Aroma wird vor allem von der Sorte bestimmt, aber auch von dem Standort, der Ernte und der Lagerung sowie dem Zeitpunkt des Verzehrs. Der Apfel kann außerdem zu vielen verschiedenen Lebensmitteln weiterverarbeitet werden. Denke nur an Apfelsaft und Apfelwein, leckeren Apfelstrudel und das besonders bei Kindern beliebte Apfelmus. Außerdem ist er mit seinem hohen Zuckergehalt in der Blüte ein wichtiger Nektarlieferant für unsere Bienen. Heute gibt es allein in Deutschland rund 1500 Sorten, wobei vor allem die Alten unter ihnen wieder an Bedeutung für Liebhaber gewinnen und so Sorgfarm gehütet werden bzw. gezüchtet werden. Es gibt Apfelsorten, die früh geerntet werden können und zur sofortigen Genussreife kommen, wie der allseits bekannte Augustapfel, auch Klar- oder Kornapfel genannt. Dann gibt es den ganzen Herbst über Reifesorten bis hin zu denen, die weit bis ins nächste Jahr gelagert werden und dann erst gegessen werden können. Sie alle müssen jedoch im Winter beschnitten werden, um reichlich Ertrag zu liefern. Der Zeitpunkt dafür sollte zwischen November und März liegen. Du musst dir dabei vorstellen, dass der Schnitt während der Ruhezeit der Pflanze liegen soll. Je nach Gegend, in der du wohnst, kann der Austrieb im Frühling eher oder später erfolgen. Dann sollte jedoch spätestens der Schnitt erledigt sein. Hast du dies in einem Jahr verpasst, kannst du den Schnitt notfalls noch nach der Blüte in Angriff nehmen. Dann siehst du gleich, an welchen Ästen reichlich Blüten vorhanden sind und wo nicht. Übrigens, abgesehen vom sogenannten Winterschnitt gibt es auch noch Pflegeschnitte im Sommer, der für Apfelbäume viele Vorteile bringt. Denn dadurch werden die Früchte besser reif. Dabei werden etwa im August alle nach oben stehenden Triebe ausgelichtet, die dem Baum nur unnötig Kraft kosten. Der Winterschnitt ist auch für dich kein Problem, wenn du ein paar Regeln beachtest. Eine davon besagt, dass der Apfelbaum auf starken Rückschnitt mit besonders gutem Neuaustrieb reagiert. Schneidest du jedoch nur zaghaft, wird er auch nur mäßig stark neue Zweige austreiben. Prinzipiell abgeschnitten werden kranke, beschädigte und Dürreäste. Auch solche, die sich mit anderen kreuzen oder zu dicht an diesen stehen, sowie alle Zweige, die nach innen zur Baummitte wachsen, werden entfernt. Wasserschosser werden direkt am Astring abgeschnitten. Die Schere setzt du dabei, wenn möglich, leicht schräg an. Ein wenig ist der Schnitt eines Apfelbaumes auch eine Sache des Gefühls. Du wirst es mit der Zeit erlernen, ohne genau auf eine Anleitung zu achten. Am Ende sollte der alte Spruch der Gärtneranwendung finden. Kannst du einen Hut durch die Baumkrone werfen, ohne dass dieser sich verfängt, hast du es richtig gemacht. Denn man muss bedenken, dass die Früchte Luft, Licht und Sonne brauchen, um gedeihen zu können. Prinzipiell gilt, mehr als die Stammverlängerung und drei bis vier Leitäste werden nicht benötigt. Diese dickeren Äste, die direkt vom Stamm abgehen, werden gebraucht. Alle anderen Leibäste schneidest du dicht am Stamm ab. Es werden die Äste bevorzugt die Flache abzweigen. Dicke, senkrechte, wachsende Äste werden nicht behalten. An den nur übrig gebliebenen Leitästen werden die Seitenäste beschnitten. Übrig bleiben sollten auch hier etwa vier bis fünf pro Leitast. Sie sind bei den Seitenästen solche gewachsen, die dem Leitast Konkurrenz machen, werden sie abgeschnitten. Auch nach innen stehende Triebe kommen weg. Nach unten wachsende Äste werden ebenfalls entfernt. Da sich nur an flachen Ästen Früchte bilden, werden danach alle abzweigende Äste entfernt. Auch hier gilt, was nach innen wächst oder steil nach oben fällt der Schere zum Opfer. Unser Apfelbaum wurde die Jahre zuvor leider etwas falsch beschnitten, weshalb wir nicht alle Schnittmaßnahmen so durchführen konnten, wie es theoretisch richtig ist. Wenn du jedoch die Tipps beherzigst und auch mit der Zeit ein wenig Übung daran bekommst, den Apfelbaum zu schneiden, wirst du garantiert mit einer guten Ernte belohnt. Wir hoffen, dir hat dieses kleine Video gefallen. Sieh dir auch gerne unsere anderen Videos zum Thema Rückschnitt an. Wir freuen uns, wenn du bald wieder dabei bist. Bis dahin, schau doch gerne in unserem Gartenmagazin unter www.gartenzeile.de vorbei. Bis zum nächsten Mal.